Was macht ein echtes Original aus? Mit der ersten Idee zu einer neuen Uhr nimmt ihre Seele Gestalt an. Farben und Formen werden zu Zahlen und Ziffern, die unsere Vision zum Leben erwecken. Es geht dabei um mehr als das Uhrwerk und das Design. Schönheit verbirgt sich in jedem Detail des Entstehungsprozesses bei Glashütte Original. Exzellenz ist die Essenz wahrer Schönheit. Ein Höchstmaß an Präzision, das mit bloßem Auge kaum zu erkennen ist. Es ist das Streben nach Perfektion, das den Unterschied macht. Made in Germany ist nicht nur Herkunftsbezeichnung und Qualitätssiegel, es ist auch das Herzstück unserer Philosophie. Jede noch so kleine Schraube und jedes noch so winzige Zahnrad. Selbst die Werkzeuge werden in unserer Manufaktur kunstvoll von Hand gefertigt. Es braucht Zeit, etwas Zeitloses zu erschaffen. Zeit, um die Dreiviertelplatinen zu fertigen, die für die Glashütter Uhrmacherkunst typisch sind. Zeit, um die Fähigkeiten und das Fingerspitzengefühl zu erwerben. Und schließlich die Zeit, jedes Uhrwerk einer Glashütte Original behutsam zu montieren, bis man seinen ersten Herzschlag hört. Das Echo von mehr als 175 Jahren Uhrmacher-Tradition ist in unseren Ateliers zu vernehmen. Von Generation zu Generation überliefertes Fachwissen, das in unserer Manufaktur gepflegt und weiterentwickelt wird. Glashütte Original ist stolz auf diese Tradition und mutig genug, sie weiterzuentwickeln, um das nächste Kapitel aufzuschlagen. Ein neuer Geist. Eine neue Interpretation. Ein Funke, der von jeder Generation neu entfacht wird. Die Antwort darauf, was eine Glashütte Original wirklich ausmacht, sind die Hände und Köpfe der Menschen, die jeden Tag nach Perfektion streben. Das Herz und die Seele jeder Abteilung, die sich in unseren Zeitmessern verewigen und ein echtes Original erschaffen. Eine Glashütte Original. Proud to be the original.